Händymarken! Händymarken? Händymarken! 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 Man, I'm doing something different, they can't do what I do. Flying through the air, how could they walk in my shoes? I could flex them most... Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind wieder zurück mit einem coolen Video. Und zwar dieses Thema, ich nenne ein Thema. Und wir müssen dann zum Beispiel Obst und Apfel. Die Person, die es falsch gesagt hat, die fliegt raus. Und immer so weiter. Wir steigern uns dann immer. Ja. Ich bin heute hier mit. Fester. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Marjorie. Okay. Fangen wir an mit dem Video. Sie nennen jetzt Städtenamen. OG fängt an. Atzi. Hamburg. Berlin. Frankfurt. München. Essen. Siegehen. Kö. Haha. Ah! Sie ist los! 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 Der Winner ist draußen. Der Tipp ist direkt draußen. Direkt. Italien. Portugal. Griechenland. Österreich. Belgien. Spanien. Frankreich. Luxemburg. Griechenland. Amsterdam. Amsterdam. D symmetric. Österreich. Wieder auf die Städte. Aber in Amsterdam. Oah! Sophia! Das ist in Amsterdam. Das ist in der Mausse. Hey! Radri. Radri. Ah! La beine fängt an! Ok. Lübittank. Salvatore Ferganamo! Was? Was sagst du? Was sagst du? Moshino Weebuck Levis Nike Adidas Sarah Warum seid ihr so schnell? Jordan Dürkenstock Footlocker Das ist eine Marke Das ist eine Marke Das ist eine Marke Footloch ist ein Geschäft Das ist ein Geschäft Dann raus Ja ja Das ist keine Marke Das ist keine Marke Ich google das Meint wie vor Kalifornien Das ist eine Marke Das ist nicht Carolina Nicht Carolina Washington DC Chicago San Francisco San Francisco Santiago de Chile Miami Brasil Brasilien Brasilien Keine Ahnung Das ist doch Südamerika Ja in Amerika Das ist alles Okay weiter Städte Nehm ich mal Boston Boston weiter San Diego weiter Baltimore Houston Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Adidas weiter Migos Buenos Aires An Buenos Aires An Sisi Sisi Sie wollte ich eigentlich auch sagen Aber ist gut Okay Ähm Philadelphia Mhm Hey Was ist egal? Eins Zwei Drei Vier Zunf Sechs Sieben Ich glaube, dass ich ein Uji merke Er gibt noch einen OG, hat er gesagt. Er sagt, er traut sich einen OG. Nein! Nein! Aber Südamerika und Amerika ist nicht das Gleiche. Ich wollte schon gerade sagen. Handymarken. Handymarken? Handymarken. 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 Motorola. Motorola. Und du? Was sagst du? Huawei. Huawei. Fyther. iPhone. Fyther. Sonny Eriksson. Eins. Neu. Drei. Siemens. Eins. Neu. Blackberry. Eins. Warum? Du hast es gemacht. Du hast es gemacht. Du hast es gemacht. Zähl weiter. Eins. Zwei. Ihr wart noch schon. Nein, nein, nein. Fünf. Vier. Sechs. Wohin braucht damit. Sieben. Hattet zähl. Acht. Hattet zähl. 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 Ja! Aha. Wir gehen zuerst, ja. Let's go, wir sind da! Wir sind da! Fünf! Zehn! Sieben! Acht! Neun! Neun! Ronaido! Messi! Ich hab Sony gekannt jetzt! Ich hab schon gesagt. Dress up, bin immer am Masse. Bruder, stell mir keine Fragen. Higiene zu, hast du ein Schatz, satz dich vor, krass dich vor. Entsprechend fühle ich mich gut. Ich kenn dir das nicht. Kein Problem, aber meine Fans da draußen, gerne mit da. Mir geht's entsprechend gut. Aha. Ich hab mein ... Ich hab meinen Titel zurückgeholt. Ja, hast du echt. Also, ich hab keine Angst vor niemandem. Wer hat die Menschen da draußen? Du weißt nicht, Junge, was rist du. Also, danke, mir war ekelhaft, ich gewinne. Okay. Du weißt du, vorhin habe ich verloren, weil ich dich auf die Älteren gehört habe. Okay. Aber ich bin jetzt gewachsen. Wo? Jetzt hast du auf die Älteren gehört. Ja. Achtet, sieben. Achtet, sieben. Achtet, sieben. Achtet, sieben. Danke, dass du eingeschaltet habt. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Haha.